Herzlich willkommen zu GeoGuessr mit Imon Flui und CMS Dynamo. Hallo. Guten Tag. Wir starten jetzt die Challenge mit der ersten Runde. Starten wir jetzt? Und wir sind in der EU. Das heißt, es ist nicht Deutschland, sondern EU. Ich hab's im Glück. Okay, gut. Also, ihr könnt jetzt starten. Wir machen das, damit ihr das verstanden habt jetzt alle. Also, wenn ihr jetzt das Ergebnis dann gleich seht, dann nicht auch weiter drücken. Ja. Also, wir sind in der EU. Ja, und ich sehe schon ein paar Hinweise. Wollen wir uns gegenseitig helfen oder wollen wir... Nein. Nein. Okay, also ich hab richtig krasse Hinweise. Wir sind ganz bestimmt in Deutschland. Dort steht ein BMW. Was ist das? Was ist das für ein... Fuck, wo kommt das Team her? Was ist denn Team? Nix, nix. Alles okay. Also muss ich hier irgendwo noch ein Team finden. Nein, 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 nein. Oh, wo ist das Parkhaus? Du musst zum Einpocken im BMW zurück. Oh, 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 ich hab was. Ich hab was. Ich hab was. Oh, nochmal hier. Oh nein, aber du kannst... Nicht nebenbei googeln. Wir bleiben auf der Webseite. Okay, ähm... Ah, wozu gehört diese Telefonnummer? Das muss da sein. Ah, wo ist denn das? BAM! Ich bin 700 Meter entfernt. Jawohl! Scheiße, locker. So, ich warte jetzt auf eure Ergebnisse und dann geht es los. Also hier hab ich getippt, Freunde, da hab ich getippt und da unten ist... Das Ganze sozusagen. Genau. Nee, ihr ruft diese Telefonnummer an. Und sagt da immer ein paar drauf. Was ist das? Könnt ihr mir sagen, wo ihr seid? Also, wenn ihr alle habt, dann kann ja der sagen, der am nächsten dran ist, woher er die Hinweise hat, oder? Um das nachzuvollziehen. Ach, mir egal. Oh, fach, weit weg. Ich bin noch nicht dran. 159 Kilometer. Ich hab die Flagge zumindest schon mal. Ich hab schon mal ne Flagge. Oh, ich bin 3... Oh, wirklich? Wie weit bist du weg? 358,6 Kilometer. Bist du fertig? Nein, ich suche noch mir meine Hinweise zusammen. Ja, lass ihn warten. Ah, hier ist Ende? Ach, scheiße. Ich hab nur eine Straße hier? Ja. Ach, du Heilige. Ach, jetzt versteh ich auch, was du mit Stadion... Äh, jetzt meinst du auch, ähm, weiß ich jetzt auch, was du mit Stadion meintest. Ja. Ja, ja. Aber ich erzähle dich sobald immer ein Gegest hat, wie ich darauf gekommen bin. Echt? Hast du das Stadion... Hast du wirklich das Stadion... Hast du wirklich das Stadion... Nein, warte, ich sag dann... Okay, schauzeichenweise. Also... Schade. Ich spiel zu weit, ey. Okay, also, meine Hinweise waren, ich bin kurz nach vorne gefahren, also ich hab mich umgedreht und da war ein Schild, da stand schon mal eine Webseite .it, das heißt, das war in Italien. Ja, das hab ich auch... Und dann bin ich noch ein Stück gefahren und da war auf so einem Balkon die Flagge von Atalanta Bergamo. Und da hab ich gedacht, das muss in Bergamo sein und da hab ich mitten in Bergamo reingedrückt. Ja, Alter. Und dann war ich siehundmitte weg. Also ich hab einfach irgendwo in Italien geklickt. Ja, ja. Weil ich hab gesehen, Diageo, Händler... Ja. Ja, also, also, ja, also, ich würd sagen, wir machen Step by Step, äh... Alter, Snacks ist Snacks. Nein, 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 ich will auch erzählen, warum. Also ich bin ein bisschen nach vorne gefahren und da hab ich dann auch immer und so die ganzen italienischen, das ist auch teilweise so ein bisschen spanisch aus, da dachte ich mir, entweder wirst du jetzt in Spanien oder in Italien. Dann hab ich auch so das Schild gelesen, Straße La Vetterie und da dachte ich mir, okay, das muss irgendwo in Italien sein. Du weißt zwar nicht, wo in Italien, aber es ist Italien. Ja. Da hab ich halt mitten reingedrückt. Okay, ich bin bereit für die nächste Runde. Ja. Alle Erklärungen. Sohn wichtig. Hab dafür. Gut. Plan next round. Und Scheiße. Ach du Scheiße. Das muss, das muss... Okay, ich seh Schafe. Also, das muss ja da oben sein. Ich seh Schafe. Gut. Ich fahr mal ein Stück. Vielleicht seh ich irgendwo ein Schild oder so. Da vorne fährt ein Auto vor mir weg. Bleib stehen. Bitte. Komm zurück. Okay. Wo ist das? Das ist dann doch nicht das Land, wo ich gedacht hab. Okay. Scheiße. Okay, hier sind Autos. Ich hab'n Ortsschild. Ich hab'n Ortsschild. Oh nein. Wo ist das jetzt? Ich hab'n Ortsschild. Wie weit bist du bitte weggefahren? Ich hab'n Telefonzelle. Ich hab'n Telefonzelle. Ich hab'n Telefonzelle. Alter, hier ist kein Ort bei mir. Ich hab'n Ortsschild. Ich weiß aber nicht wo das liegt. Ich hab'n Ortsschild. Scheiße. Hier ist ne Kuh. Wo ist das Land? Wo ist die EU? Hier liegt's. WTF. Das ist dann leider doch nicht dort, wo ich gedacht hab. Ah, ja ich hab auch schon ein paar. Okay, es ist doch dort, wo ich gedacht hab. Scheiße. Also. Fuck. Ja, ich bin. Ich bin aber noch nicht. 2400 Kilometer weg. Ich bin 633,6 Kilometer weg. Ich hab'n. Du? Ach, du hast. Du bist der, der schon hier gegessen hat. Ja. Ich noch nicht. Okay. Hast du schon gegessen? Ich hab'n Ortsschild. Bloß es bringt mir nichts, wenn ich nicht weiß, wo's ist. Noch mehr Schafe. Oh. Oh, ich seh da was. Ich seh da was. Ich seh da was. Ich hab' auch was. So, jetzt muss ich jetzt gucken, wo der Ort da liegt. Ich hab'n zu schnell gegessen. Fuck. Du auch? Ja. 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 Na gut. Das war 50-50 Chance. Ich kannte den Dialekt auf dem Ortsschild. Ja, ich war wahrscheinlich in die falsche Richtung gefahren. Ja. Im Gegensatz zu euch. Ihr seid wahrscheinlich in die andere Richtung gefahren. Wir sehen gerade aus. Bleib. Ich hab' mich wahrscheinlich umgedreht und bin dann in die andere Richtung. Komm da. So, da würde ich es dir haben. Ja, klasse. Oh, 100. Oh, 157. Oh, hat jeder gegessen? Wer ist am nächsten dran? Ja. Ich hab' 147. Hier, 127. 2400. 6400. Okay, dann, Flui, wie bist du drauf gekommen? Na, ich hab' die ganzen Schafe und Hügel gesehen. Da dachte ich mir, okay, es könnte vielleicht in Österreich sein. Aber dann, so die ganzen Schafe. Und dann hab' ich auch diese Telefonzelle gesehen, die halt auch sehr für England stand. Aber ich dachte mir, es ist eigentlich auch so dieses sehr Schottische. Und deswegen hab' ich mir dann Schottland gedacht und hab' dann halt auch auf Schottland äh, Schottland... Ich hab' gedacht, wo er ist. Ja. Ich hab' erst gedacht Irland. Und hab' dann aber gedacht, hey, was ist das für eine Sprache dort? Da hab' ich auf Serbien gedrückt. Das Problem ist bei mir, es gab'n Ortsschild. Es gab'n Ortsschild. Ja. Es war komplett ausgeschrieben. Ja. Ich bin jetzt hier gerade auf der Karte. Wie geil ist das denn? Das steht hier komplett ausgeschrieben. Wie ich denk' so, wo... Wo tu ich das hin? Ich hab' das einfach nach Nordengland getan. Ja. Gut. Dann machen wir weiter. Dritte Runde. Auf geht's. So. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das sieht doch schonmal... Das sieht ja schonmal also... Okay. Nix deutsches. Schade. Nee, aber... Warte mal, die... Ach, die Schrift. Ach, wo wird diese Schrift geschrieben? Ach, ihr Leute da draußen. Ich hab' mich nicht mehr gefehlt. Ich weiß, in welchem Land das ist. Hier ist sogar ein riesiges... Naute. Wie siehst du, wir schaff' wieder ein Stadion. Hier geht's zur A9. Was? Okay. Ich könnte mir vorstellen, wo das ist, aber... Ich weiß, wo's ist. Wie groß ist diese Stadt, die ich jetzt hier suche? So, ich erwarte hier des hier. So, gucken wir mal, ob es wirklich so ist. Ich hab's noch nicht draufgeklickt. Ah, hier gibt's die ganzen Autobahnen. Jetzt versteh' ich das. Autobahn? Äh, nein, nix. Autobahn? Aber das muss ja eigentlich hier so sein. Wenn wir bei Autobahn sind, muss das hier so sein. Ah. Welche Autobahn habt ihr noch mal genannt vorhin? Irgendwas war da. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Oho. Ja, ich bin doch richtig. So, jetzt müssen wir nur noch das Autobahnkreuz suchen. Wo ist das Autobahnkreuz? Ich sag' nicht, welche Nummer. Ich hab's gefunden, so. Wo ist das Autobahnkreuz? Wo ist das Autobahnkreuz? Ja, ich hab' hier ne komplette Nummer. Mit Straße und allem drum und dran. Ich muss es nur noch finden, wo es ist. Ja. Toll. Ansonsten. Wo ist es denn? Da unten. Ah. So, jetzt muss ich's noch genau finden, wo da die Abzweigung ist. So, hier ist die Nummer. Ähm. Lalalalalalalala. Lalalala. Lalalala. Genau. Muss ich nur noch finden, wo das Ding denn ist. Ich hab'n Penner gefunden. Jawoll. Oh shit. Oh shit. Warum hab' ich da nicht reingedrückt? Oh nein. Ich war so nah dran. Ich bin 65 Kilometer entfernt. Nein. Scheiße. Ah. Autobahnkreuz. Wo bist du denn jetzt? Die Nummer. Leute, lasst euch Zeit. Ich muss aufs Klo. Ich bin bei einem Kreis. Nein. Ich bin bei einem Kreise gelandet. Boom. Tschakalaka. Scheiße, ey. Das war so dumm jetzt. Ja, ich seh' deinen. Ich seh' deinen Punkt. Ja. Ja. Ich hab' gedacht, ich muss ja dieser Autobahn folgen, um dieses andere Kreuz zu finden. Aber nein. Das war ja ein Schild, was zur Autobahn führt. Das war niemals auf der Autobahn. Rufus. Ja. Ich bin noch ein paar Meter weiter gegangen. Ich hab' dort, wo der Penner war, war ein Schild, wo der Ortsname drauf stand. Ja. Ja. Na gut. Ich weiß, welche große Stadt das ist, ja? Und dass da auch die andere Stadt direkt daneben ist, die, äh, wo die Autobahn hingeht, die Autobahnabfahrt, da hab' ich mir gedacht, hm. Aber wo ist der Ort? Warte mal, ich will mal gucken, wo der Ort ist, genau. Ja. Na, die ist, äh, die ist südlich davon. Alter. Direkt daneben. Das ist so knapp. Ja. Von da. Ja. Ich hab' noch nix. Ne, 94. Ach, verdammt, in die falsche Richtung gegangen. Ja, ich hab' die Autobahn in die andere Richtung genommen. Sitz. Was? 500? Uah, 500. 490? Okay, gut. Also. Am nächsten ist CMS dran, ja? Ich hab's schon gesagt. Ja, gut. Also es war wohl so ein Autobahnhof oder was auch immer. Oder Autohof. Der Penner sass hat, genau, neben dem Schild, und da stand noch Montpellier. Next Round, würd' ich sagen? Ja, next Round. Next Round. Gut. Boaah. Da haben wir ja schon mal was. Es lädt noch. Bei mir nicht. Ok, wir haben hier eine fette Road Ride Closed Ach, wir sind auf demselben, ok, wir sind auf demselben Welt Ja, natürlich Also hier ist ein Land, wo Englisch gesprochen wird Ich bin mal kurz auf dem Klo Aber ihr könnt weitermachen Also nicht weiter, weiter, sondern diese vier von fünf könnt ihr fertig machen, aber dann brauche ich noch meine Zeit Wir warten Ach, je Also wer dieses Spiel später mit uns spielen möchte, ist das Oh, hast du das auch gesehen, ja? Ja, ich habe es auch gesehen So, jetzt muss ich nur noch finden, wo es ist Ja Dieses Mal scroll ich auch Also ihr habt das Schild auch später gesehen Ja Dieses blaue Schild Dieses große blaue Schild Ja genau, das riesengroße blaue Schild Ey, das ist doch jetzt billig Oh Boah Ja deswegen, ja Ach, ist das geil ey, so eine Pillow-Aufgabe und Rufus Versuche irgendwie in die andere Richtung zu lotsen Ich muss es aber jetzt erstmal finden, das ist das große Problem Es ist ein riesengroßes Schild Oh Ich habe etwas, ich habe einen lustigen Straßennamen gefunden mit einem lustigen Namen von Mimmon Gut, wir wissen jetzt, wir drei wissen jetzt, wo es genau ist Ja, aber nicht genau, also ich weiß es noch nicht 100% genau Also ich weiß es schon so die Umgebung, aber noch nicht 100% Also ich müsste jetzt eigentlich googlen, um es genau zu finden, weil ich habe den Ich bin wieder da Hallo, wir haben es gefunden Wir werden den Lieferanten sagen, wie weit das entfernt ist Wir sind alle sehr sehr nah dran Okay Ich bin, ich habe schon einen Hinweis Was denn? Sag mal, was du als Hinweis hast Äh, Glasgow habe ich als Hinweis Ja, you are now leaving Glasgow Ja gut, ich bin 1,3 Kilometer weg Ach du Scheiße Was? Hast du einfach mitten in Glasgow reingelassen? Warum? Ja Wie weit seid ihr weg? Wie weit seid ihr weg? Noch nicht, ich habe noch keinen Punkt gesetzt Ich bin 28,9 Kilometer weit entfernt Glasgow ist ja groß Ja, ja, deswegen, ja Wie weit bist du entfernt? 1,3 Kilometer Ich weiß genau eigentlich, also ich bin Ich will nicht sagen, wo ich bin, weil man sucht noch Ja, deswegen, ich bin, ich bin, ich bin Ich will jetzt eine Runde mal gewinnen Rufus, hast du gesehen, wo du reingetippt hast? Nö Du hast einfach mitten in Glasgow reingetippt Du hast fast genau beim Celtic Park gebraucht Genau beim Celtic Park gebraucht Fast ja Warte mal Ich bin fast dort Warte mal Kann das dort sein? Was ich mir denke Ich habe gerade ein großes Schild gelesen Ich auch, deswegen Geht nach links So, jetzt ist nur noch die Frage, wo ist denn hier links? Ähm Geht nach links Auf welcher Perspektive siehst du Ja, wo bist du weitergegangen? Du musst ja den Ausgangspunkt setzen und nicht da Ich nehme einfach das Ding So, gucken wir mal, wie weit ich entfernt bin 1,3 Kilometer Ne, genau wie ich Das ist ja ein Witz Das ist ja ein Witz Ja Boah Mann, ich such noch, ich finde das nicht Macht nichts Ist egal Ich bin 28,9 Kilometer weit entfernt Also 28, was? 28,9 Kilometer Also knapp 29 Aber du hast doch den Ort gewusst Er ist Stadtrand Er ist Stadtrand gegangen Ich habe gesehen, dass es über die M8 Richtung Edinburgh gegangen ist Ach, es geht nach Edinburgh Gut, danke für den Tipp Ja, damit wir mal vorankommen Oh, ich habe keine Ahnung Ja, aber Also ich habe, ich habe jetzt eine Ich habe jetzt lange gesucht Das ist falsch, M8 ist falsch übrigens Doch Ne, das ist die andere Ich habe jetzt lange gesucht Ich habe eine Police Station gesucht Ich habe eine Police Scotland Clyde Gateway Ja Ja Und ich mache jetzt einfach mal Ja, das ist dort Das ist fast beim 367,7 Meter entfernt Ja Verdammt So nah dran Das ist sehr nah am Stadion auch Das Stadion ist ein bisschen nördlicher Das ist ein Kilometer weg So Letzte Runde Letzte Runde Letzte Runde Ach du Scheiße Wollen wir machen? Okay So Danach muss ich nochmal aufs Klo Das ist die Ähm Dann wäre ich im Schiff Oh Ja, ich weiß jetzt auch das Land Wollen wir wissen, welche Angebote dort sind? Jawohl Kenn ich die Stadt vielleicht schon? War ich da schon vielleicht? Ich bin mir gar nicht so sicher Ich bin mir hundertprozentig sicher Ich war dort noch nicht War es da noch nicht? Ja, aber da immer noch Könnte das durchaus sein Ich bin selten außerhalb von Deutschland gewesen bisher Ja Ja, ich war aber Ich war schon öfter in dem Land Also so ist es nicht Ähm Frage lautet nur Wo ist das? Äh Ich wollte nach rechts abbiegen Ach nee, das hier ist Das wäre lustig Wenn wir das mal irgendwie Ne? Irgendwo so ein Haben würden Sowas Na, wo sagst du von wegen Ey, da war ich Genau in der Straße Ähm Weißt du? Wenn wir Deutschland machen, dann ja Ja Bitte Naja Fuck Ich komm hier nicht voran Hier ist ne Spielhalle Ist das echt euer Ernst? Ein Land Spielhalle Gibt es hier vielleicht zufällig irgendwo Sowas wie Einen Stadtnamen Eventuell Ich hab ne Stadtnamen Wenn du den hören möchtest Ne, das bringt mir nicht viel Hier gibt es Hier ist ein Bäcker Ist hier in der Nähe Ah, ich hab nen Stadtnamen Ich hab nen Stadtnamen So, jetzt muss ich jetzt gucken Wo der jetzt ist Oh, ich weiß gar nicht Da war ich leider noch nicht Schade eigentlich Aber Fuck Gut, jetzt wissen wir nicht mehr In welchem Land wir sind Ich weiß immer noch In welchem Land Bloß jetzt ist die Frage Wo ist der Stadt? Hat sich grad aufgewischt Wie ist die Stadt? Ah nee Sehr groß Du musst du gar nicht tief reinzoomen In die Map Du findest die Ey, das sieht aus wie ein Zitter Vielleicht ist das auch Ja Das ist Zitter Vielleicht bringt mir das irgendwo Irgendwo noch was Sinnvolles Ich weiß ja das Land Das ist schon mal gut Ja Ey, ich hab hier ne Versicherungsmaklergesellschaft gefunden Da haben die hier keine Schilder an der Kreuzung Sind die denn drin? Oh, hier ist sogar ne E-Mail-Adresse Gut Dann bin ich definitiv richtig So Warte mal, Bushaltestelle Die muss doch was sagen Ich bin an der Bushaltestelle Ich bin an der Bushaltestelle Das hier ist ne Kirche, glaub ich So, Tempo 40 Zone ist vorbei Naja, die Einwohner dieses Landes Haben auch ein eigentlich Ziemlich komisches Tempolimit, glaub mir mal Keine Ahnung Von 20 Kack, ich fahr wieder in die falsche Richtung zurück Kann mich jemand hier mal Ist hier vielleicht irgendwas, was sinnvoll ist? Ne, Hafen ist hier ne Wo könnte man denn noch flank gehen? Ich weiß das Land So, ich weiß die Gegend Aber ich weiß nicht, wo das ist Einfach reinklicken irgendwo Ne Ich hab eben ja schon knapp verkackt, weißt du Ah, was ein Montpellier? Ne, das ist das andere Andere Ja komm, hier irgendwo Da oben Ah, hier oben sind Schilder Ich hab keine Schilder gefunden Mach ich jetzt nach links Oder fahr ich nach rechts? Nach rechts Gut, danke Das ist nichts Das ist ein Bus an der Stelle Ich hab den Ort gefunden Scheiße, so Wo ist das jetzt? Also Geht in die Richtung Autobahn Und da muss ich dann früh genug runter Tiramisu Hallo Redet mit mir Autobahn ist die Welche? Ich? Ich soll mit dir reden? Nein Die Straßen Hallo, ich bin ein Redet mit mir Sag mir, wo ich bin Bitte, ich bin mir nicht mehr sicher, an welchen Hand ich bin Was war deine Deine erste Intensierung Ey Du hast deine abgegeben Ich hab deine abgegeben Achso Ja Die anderen Wiss ich nicht, ob die abgegeben haben Ich hab abgegeben Ne, ich hab noch nicht abgegeben Okay, dann bin ich der Einzige, der abgegeben hat Scheiß auf Ich mach da Gut, ich mach auch genau Scheiß drauf So Ich hab einen Hund Und? Ja, das hat es 12 Kilometer 12 Ich bin 32,7 Und du, Rufi? Ja Ich bin, äh, 466 Ich, ich hab den Also, äh, CMS hat noch nicht, ne? Ja Nö Gut, dann warte ich noch Also ich hab da Viele, viele Sachen gefunden Ja Ich hab Viele, viele Sachen gefunden Die darauf hinweisen Aber ich bin leider auf der anderen Ecke Jetzt ist Schluss, sag's Himmel Es ist Schrecklich Wo bin ich jetzt gelandet? Hä? Ja Ich bin in irgendeiner Eifahrt gelandet Bist du fertig, oder? Irgendwo tippen mir Ich hab keine Ahnung, wo ich bin Oh Äh Einfach mal irgendwo rein Ins Wasser Geil Und wie weit bist du entfernt? 149,9 Kilometer Das heißt, Himmel ist der Äh, Himmel ist der Best Endlich! Ich hab, ich hab nämlich gefunden Zwischendurch, äh, stand da Dänemark Und dann zwischendurch Stand dann anders Und da hab ich gedacht So von wegen Warte mal Wo war das nochmal? Wo war das? Und dann hab ich in der Stadt So ein bisschen geguckt Hab gedacht Wo ist das? Wo ist das? Und dann hab ich auf der Karte geguckt Und gedacht Nee, komm Das kann doch nicht so einfach sein Und daraufhin dann, äh, ne Hier hin und her gescrollt Wow, also wenn ich mir die Gesamtübersicht angucke, ne Platz 4 bin ich mit 20.000 Punkten Platz 3 Flui mit 22.300 Punkten Dann Platz 2 immer mit 22.500 Punkten Und CMS erst mit 22.700 Punkten Das ist knapp, außer ich Ich bin weg Ich hab nur das erste Gut Nee, weil Bei mir steht gerade First Place Deswegen denk ich so, hä? Nee, First Place Du musst, äh, da steht Da steht irgendwas Full Full Summary Ja Da musst du auf View Full Ja Also Rufi war insgesamt am nächsten dran Bei einem Ziel Was war das erste Ja, 700 Meter Und danach hat er Kontinuierlich abgebaut Naja, extrem Dann wieder nah ran Dann wieder noch näher ran Und dann wieder war kein Zweifel weg So, und jetzt bitte mit Deutschland Okay Also das war die erste Runde Wir sehen uns bei Deutschland Tschüssi Ciao So, dann Ich hab gewonnen Ja